was geht Gott Kettbewerb ist der Wert auf los aber ein Geld ja ich bin er da kommt was zu zählen der keine Geld für Arme und wenn ich so gut ja ich bin auch da ich hätte auch kann man etwas das kommt fiel aber ich kann Ihnen gerade erzählen, Melissa und Tiag kämpfen hier das ist echt lustig Melissa, Melissa hält sich gerade das Kissen auf den Kopf möchtest du alles kommunizieren? ja und Tiag schlägt gerade immer oben drauf und sie schützt ihren Kopf und jetzt hat sie zurückgeschlagen jetzt steht sie auf und jetzt geht Melissa raus und der Kampf ist zu Ende und jetzt geht Tiag ich mach es immer so weit nein Tiag schlägt oben drauf, auf Melissa's Kopf und jetzt sieht Melissa durchgenommen aus ihre Haare sind alle durcheinander jetzt schlage ich dich, jetzt schlage ich Timo und jetzt hat sie gesagt, die schlägt jetzt Timo oh Tiag, Tiag, du bist echt tiefer jetzt ist Militär Action, sie schlägt Tiag sie schlägt und da tut ganz weh und jetzt ist Melissa auch noch dazu ich hab auch die Decke, man ja und ich hab auch eine Decke jetzt macht Vanessa auch mit und Melissa lacht sich halb kaputt warte, ich weiß, ich weiß, ich kann nicht mehr was war ich, oh mein Gott voll in die Fresse nein wieso sind hier Menschen zu? keine Ahnung ich sehe aus als er nicht irgendwie gefickt hat oder so ja klar mit dem Stuhl Melissa die Kinder von Lachflaschen ich bin um Lachen dort ja ich rede die ganze Zeit mit dir ja ich rede die ganze Zeit mit dir ja jetzt sei nicht so Depri warum ich rede die ganze Zeit mit dir eigentlich ja doch ich rede die ganze Zeit mit dir ja ich würde das jetzt nicht bloß lassen ich finde es sehr witzig wie du rum bist tja was wäre es eh gut nennst mir doch mal was deine Haare sind irgendwie so blitz sind meine Haare groß ja du bist ein Depri ich habe dir doch nichts getan boah ey das sieht doch gut aus ich bin drauf geschissen ja ist das jetzt ok das ist schlimm aber ich bin ja nicht höher ja soll ich dir gar nichts erzählen ja siehst du filmst du das noch ja 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 weißt du ich will ehrlich zu dir sein und was ich hier mache hab ich dir gesagt was wir hier machen dass ich dir das erzählen werde wenn ich hier anrufe und jetzt merkst du schon wieder rum wenn ich dir was erzähle Glück Glück doch doch darum geht es doch schon wieder wenn du hier schon wieder drin bist weil ich dir was erzähle und ich dachte das sieht ja ja weil ich nicht mit dir rede aber ich rede doch nicht hier ey das geht nicht ja das geht nicht ja klar doch klar warte ne du da immer und was denn ich kann nicht mehr also mich jetzt schon wieder ablenken was machst du mit der Tivo ich kann nicht mehr essen essen ergebnis das Leben boah zieh ab ich du bist heute noch leise wenn du dich wusstest ja nicht doch hat doch bestimmt wieder irgendwas mit dir zu tun ey und was dann ich will dir doch nicht freuen ich mach sie mit den Flaschen da nur an man oh ich kann mal kurz ich weiß ich nicht aber das ist doch voll dumm ja ich kann mal den Schlüssel ja wenn du du okay das reicht ich will das nicht das ist doch für blöde irgendwie aus du das warst ja ich kann nicht mehr ja und warum das warst ich hab auch gehört ja okay ne nix egal was denn du erzähl doch ich war vor ein bisschen pibli erzähl erzähl ich muss jetzt meine Bürste holen doch irgendwas ist irgendwas schlimmes ist doch schon wieder du kannst jetzt doch wieder anhalten